Ja, ich spiel zu wenig. Geht es eigentlich voll klar. Ich spiel zu wenig Battlefield, keine Frage. Ich hab ja auch keinen Zeit. Wo ist er? Hinter dir. Zwei. Hast du sie? Ja! Oh, du bist so ein Killer, ey. Und ich seh es, wie du es getan hast. Es war so schön. Ich bin fast tot. Ich hab so Angst. Oh, meine Mumu. So, Franz, wie lange dauert es bei dir noch? Ja, so zwei, drei Stunden. Könnten auch Tage werden, meinst du? Ich weiß es nicht. Oh! Ich bin drin. Was? Komm, hör doch auf. Ich weiß nicht, was... Tatsache, steig direkt mal bei mir ein. Wie kannst du Menschen töten? Wie gibt es Menschenfleisch? Ich bin... Ganz umsonst. Neisch! Alter, sind da viele. Ich hab einen. Ich bin fast tot. Ach, du Scheiße. Dann gibt's... Medic. Ja, hier liegt... Hier liegt schon. Ich hab schon... Ich hab schon... Ach so, du hast auch... Medic, okay. Grazie. Die kommen sicherlich von den drüben. Ja, wir... Lass uns mal... Genau, wir gehen jetzt von hinten richtig schön... Ach so, ich hätte vielleicht... Ich hab noch keinen Schaltdämper, glaube ich. Oh, 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 oh. Du bist hier drüben, ne? Ich hab einen getötet. Oh! Wir gehen gar nicht vor die Objective, ne? Hier, da, da, da. Ne, ist nicht so schlimm. Wir halten die aber auf... Ah, fuck. Ich bin tot. Dass unsere Jungs halt aufs Objective gehen können. Versteht du? Wir machen das alles taktisch hier. Das ist alles taktisch. Siehst du, und schon haben sie's hochgejagt. Nur durch uns. Weil wir... Wir sind ein bisschen spät gekommen, aber ja. Weil wir haben drei Leute getötet. Wir sind ein bisschen spät gekommen. Das ist doch sonst nicht unser Problem, oder? Wie, als... Nö. Eigentlich... Na, spät kommen schon ziemlich. Also ich bin schon tierisch hinterher. Ähm... Ah, jetzt haben die einen Panzer, oder was? Das ist ja ungünstig. Weil ich habe nur... Äh... Oh, doch. Ich habe... Ich habe die Airbust. Wow, 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 wow. Alter, Vater. Ah, fuck. Na, ja. Von hinten, oder was? Nee, ich bin... Ich bin alles gut. Du bist alles gut? Oh, da ist ein Sniper im Haus. Oh, oh, oh. Alter, schwezen, ey. Oh, fuck, fuck, fuck. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Ich... Ich sprint mal runter. Ein bisschen. Weil momentan geht niemand in Richtung... Ja, okay. Ich komme hinterher. Das... Oh, fuck. Lauf ein bisschen weiter außen rum. Am besten. Bist du das nicht? Alter, was war denn das? Was ist denn da in die Luft geflogen? Ich mache das jetzt anders. Ich renne jetzt ganz außen rum. Ganz über den Norden. Lebst du noch? Ja, du lebst noch. Nee, du bist... Du bist offline. Der... Der gute Franz hat ein Disconnect, wie es aussieht. Deswegen sagt er auch nichts mehr. Dann muss ich jetzt kurz hier alleine weiterspielen. Ist ja schade. Dann sprinte ich mal eben hier hoch. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Bist du jetzt wieder da? Nee, mein Spiel hat sich abgeschmiert. Du bist... Du warst auch im TS komplett weg. Ich habe dich auch im TS nicht mehr gehört. Da war nichts mehr los bei dir. Komisch, okay. Dein Internet scheint komplett weg gewesen zu sein. Kannst du mich nochmal einladen, bitte? Äh, ich bin im Game. Kann ich irgendwie... Ach so. Weil ich weiß nicht mehr, auf welchen Server... Ja, warte kurz. Ich lege mich hier kurz schnell hin. Ja. Und hoffe, dass mein Game nicht abschmiert. Jetzt bist du in der Kecke. Das ist natürlich schlecht. Aber... Sehr komisch, was das war. Ich weiß es nicht. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Naja. Gut, ich warte einfach darauf, dass ich drei Leute... Gewinnt man schnell. Ich versuche es. Es scheint aber nicht so gut auszusehen für uns. Oh! Lasten da jetzt. Lacht gar nicht. Finde ich jetzt aber nicht nett. Warum sollte ich denn lachen? Ja, ich weiß nicht, weil du es lustig finde. Wapp, wapp. Du place. Sebastian. Nein, ich finde nichts lustig. Ich habe hier einen M-Com scharf gemacht, ja. Ich habe mich davor nackig ausgezogen und habe davor getanzt. Das ist ja toll. Nee, wirklich. Das ist richtig cool. Das wurde direkt wieder entschärft. Ich bin schon ein toller Typ, ey. Wieso bringt denn niemand den Tank um, ey? Ich flipp aus. Bei mir spackt gerade alles rum. Oh, er ist ja ein Keckel. Ah, das ist gut. Bist du ja fast da. Vielleicht kriegst du den Loose noch mit. Hahaha. Hahaha. Ach, Jungs, ey. Ihr seid doch auch mal wieder Pfeifen, wa? Muss man einfach mal so festhalten. Ich sage, diese Pfeifen, überall diese Pfeifen. Muss ich wieder der sein, der den Tank zerstört, ey, oder was? Ich hätte es ja gemacht. Aber nee. Das Internet schmiert natürlich ab. Ich gucke mal sofort auf den, auf den Router, wa? Wahrscheinlich hat, äh, dadurch, dass mein, mein Internet jetzt läuft, wir haben halt bei dir abgezapft, ja? Das gilt nämlich alles deutschlandweit hier. Das gilt natürlich voll. Wenn man die Bandbreite aus Reimann nimmt, wird die nach Hamburg verschickt. Ja. Der Meinung bin ich allerdings auch. Details, gleich mal gucken, weil noch bin ich der erste Enkecker. Systemmeldung. Wir haben doch tatsächlich das erste Hochreakt und das zweite ist auch gelegt. Ich halte dich mal ein bisschen auf dem Laufende, damit du dann sofort einsteigen kannst. Oh, tatsächlich? Ich war, ich war für, äh, 18 Sekunden vom Internet getrennt. Das ist ja witzig. Was ist denn für ein Scheiß? What is going on right here now in the place to be? Keine Ahnung, was das hier soll. Telekom in die Ehr. Und hepp. Und hepp. Hier ist doch jemand. Wo ist er denn? Ich muss mich veräppeln? Wo ist er? Da ist er. Da, ich komme! Ich mag diese Autosniper so sehr. Die auch. Tu, 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 tu. Nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen. Wieso treffen die nicht? Weiß ich nicht, weil sie, weil sie, weil sie halt denken, sie wären cool mit ihrer Autosniperpistole oder die trainieren einfach. Ich muss ja, ich darf ja nicht immer so unfair den Snipern gegenüber sein. Weil die haben mich ja schon oft genug getötet. Ganz ehrlich, in der, ich glaube, vorletzten Runde oder sowas, als wir zusammen gespielt haben, da hatte ich doch dieses Snipergewehr, was man so finden kann. Ja. Ey, damit könnte ich hier einen Abpfiff vom Kopf schießen. Auf, auf. Zwei Meter. Ja. Wahrscheinlich ist genau, solange die Waffe oder so muss sie direkt davor ansetzen. So, ich bin wieder da. Bin aber wahrscheinlich im anderen Team, so wie das aussieht. Oder ich bin nicht in deinen... Nee, ich bin nur im falschen... Ja, dann kommst du, aber bei mir ist ein Platz frei. Ist, ist gerade. Beitreten. Affengeil. Abgefahren. So. Wir sind wieder zusammen. Bitches, ich bin wieder da. Ich glaube, der Turm fällt jetzt um. Der Turm fällt um? Der, ja. Ist das, ist das, ist das ein Codeword für... Du sollst mir in Blasen. Dass du keinen Steifen mehr hast. Achso. Wo sich der Turm fällt? Ja. Er ist tot. Ah, 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 fuck, 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 fuck. Wow, was? Shit. Ist er tot? Ja, ich auch. Fuck, wo bist du? Da. Äh, hier am... Reanimation akzeptieren. Ja, fuck. Die Waffe war nicht so... Oh, ist das ein Panzer? Oh, ich bin tot. Hier, 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 hier. Na, Autosniper, wa? Ja, Mann. Das ist so albern immer. Hey, warum sind die denn... Warum sind die denn auf so... Jetzt wurde er weggesnipet. Aber wir haben schon wieder die nächsten zwei zerstört. Was geht denn hier ab? Ich bin bei meinem Auto drin. Ja, ich bin bei dir. Warum sind die denn so im Nahkampf? Das verstehe ich nicht. Die Sniper? Ja, und die Autosniper. Ich weiß es nicht. Ich stecke aus. Ich auch. Uah. Uah. Die sind nach... Uah. Ich habe einen. Natürlich oben und unten. Ich bin tot. Oh, hier ist ein Panzer. Das ist ungünstig. Ich habe nämlich nichts gegen den Panzer. Was bist du für eine Klasse? Der... Bist du Medi, oder was? Ne, ich bin... Ich bin... Ähm... Wie... Auf... Ne, nicht Aufklärer. Wie heißt denn das? Unterstützer. Versorger, meinst du? Versorger, ja! Yeah! Okay, alles klar. Ich gehe jetzt aber als Pionier rein. Okay, kannst du dich an den zweiten Platz in den Tank hier reinsetzen, wenn du möchtest. Oh, das ist doch mal nicht schlecht. Wir können gemeinsam aufgenommen sterben. Das ist gut. Ich versuche mal so ein bisschen von hinten zu kommen, wa? Wenn du reingehst auf der rechten Seite, jetzt hier direkt auf der rechten Seite ist der Tank. Alter, das ist doch nicht wahr! Die M2 Slam? Jaja, das sind sowas wie Minen im Moment. Das sind die Minen, die auf Erschütterungen basieren, ne? Genau, richtig. Ich habe... Was mich halt immer wieder stört, ist, dass die Dinger... Ich bin bei Fan drin. Die Dinger, die... Ähm... Oh. Verstecken sich teilweise... Im Boden und dadurch kannst du die nicht markieren. Weil ich habe die ganze Zeit Q gedrückt. Ja. Auf den Boden und trotzdem wurden nicht markiert, die Scheißdinger. Das ist natürlich ungünstig. Okay, zu B hoch ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich. Nö. Egal. Einfach, einfach die Treppe hoch. Na gut, wir sind so viele. Das gegnerische Team ist irgendwie so schlecht. Wow, 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 wow. Oh, hier drin ist einer. Ja. Da habe ich nicht mal den Schuss ge... Ach so, das war der. Wow, ich sehe nichts. Fuck. Das war doof. Ist jetzt gerade nicht so meine... Meine Sternenschwunde, muss ich sagen. Meine auch nicht. Fuck, ich hatte ich nicht mehr gekriegt. Ah, so. Pionier. Ich bin im Auto. So. Wieder mal. Hier ist voll die Action, ey. Ich bin still nicht nur am Sterben. Alter, das... Wie konntest du die Laterne übersehen? Ah. Vorsicht, das sind Slams. Das sind Slams. Jetzt nur eingetroffen. Gibt es ja auch noch was anderes als Autosniper, Alter. Egal, wo du langläufst, die ganze Zeit nur schu, 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 schu. Ah. Ich lebe doch. Nee, Autosniper sind ja auch gerne mit C4 unterwegs. Ach, Mann, da war ich doch schon 10 Minuten hinter der Ecke. Vorsicht hinter dir. Ich bin tot. Na, sag ich doch. So, ich bin bei B-Rob. B-Rob? Ich steige grundsätzlich bei dir ein. Ich möchte dir ein wenig Punkte geben. Das ist sehr lieb. Dankeschön. So bin ich einfach. Wir haben hier einen Sniper. Der ist hier unten. Ich weiß nicht, ob der immer noch unterwegs ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich muss mal gerade überlegen. Aber ich habe tierisch Bock, nach oben zu sprinten. Ich auch. Ich mache es einfach mal. Ich bin bei dir. Renn einfach hoch. Und ich sprinte. Und da steht mir jemand in der... Unten im Haus. Fucking ernst. Kümmert euch doch nicht um die scheiß Gegner, sondern sprintet einfach nach oben. Ich bin wieder bei B-Bob. Wenn einfach das ganze Team jetzt mal nach oben sprinten würde, dann wäre alles gut. Wir verlieren nicht noch. Hier ist immer noch der Tank, glaube ich. Ja, das ist ja kein Problem. Der kann ja nicht nach oben schießen. Wenn du erstmal oben bist. Das ist natürlich wahr. Oh, Mann. Shit. Okay, Sniper überall. Natürlich ungünstig. Ich würde jetzt einfach nach oben sprinten. Ich bin oben. Ich bin tot. Da sind vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute. Wenn du in das Haus reinkommst, die hocken direkt hinter der Ecke. Ach so, das Haus. Oder meinst du jetzt oben auf dem Turm? Oben, oben, oben. Da kommst du... Nee, da komme ich gar nicht hin. Da komme ich nicht hin. Wir haben das verloren. Da kommt keiner vorbei. Doch, doch. Wir müssen jetzt mit dem Auto... Pass auf. Ich fahre das Auto direkt vor den Eingang. Es bringt nichts. Du kommst da oben. Da oben töten sie uns alle. Da kommst du nicht durch, da oben. Da kannst du nichts machen. Hm. Ach, ich fahre gar nicht. Ich frage mich schon. Das ist natürlich ungünstig. Nee. Da oben ist kein Durchkommen. Keine Chance. Absolut keine Chance. Okay. Wie können wir das Ganze lösen? Indem wir 14 Tickets verlieren. Das ist ungünstig. Ja, wir bräuchten einen Sniper, der jetzt hier eine Dings hinstellt. Das Bomb-Bake. Ich habe dummerweise noch keinen. Ansonsten würde ich das halt machen. Oh, fuck jetzt. Ich habe hier jetzt sogar noch eine reingedrückt. Okay, wir sind oben. Okay, ganz oben sind noch ein paar. Nein, ich bin tot. Nein, wir haben aber gelegt und jetzt wird entschärft. Fuck. Ja, ich muss ja ausschärfen. Oh, es wird nicht entschärft. Kacke. Oh, wir sind noch da. Wir sind noch da oben. Wir sind noch da oben. Ja, ja, ja. Da oben kommen auch gerade welche von ganz oben. Fuck. Oh, das gibt es doch nicht, dass ich hier dauernd sterbe. Ich bin zwei Sekunden draußen auf dem Auto. Kacke. Ah, das war das letzte Ziel. Ah. Einfach nur schwach gespielt, ey. Das waren jetzt kacke. Die hätten einfach hochrennen müssen die ganze Zeit. Einfach hoch sprinten. Dass Leute das immer nicht verstehen. Also in manchen Situationen macht es ja durchaus Sinn, erstmal alles aus dem Weg zu räumen. Aber wenn da einfach jeder hochgerannt wäre, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber gut. Du meinst, so viele Kugeln haben die gar nicht. Ne, vor allem treffen sie halt nicht so gut. Die können ja nicht alle. Ich meine, wir haben es ja auch hoch geschafft. Wenn das einfach das gesamte Team gemacht hätte, dann wäre das Thema gegessen gewesen. Allgeil. Null Komma nichts. Ja. Ich esse darauf einfach mal ein Stückchen Schoko. Was sagst du denn? Nikolaus. Ach ja, deine Mutti hat ja ein Pack für mich. Ja. Die gute. Mir auch. Da stand drin, du bist der Sohn, den ich immer wollte. Ja, genau. So, was haben wir jetzt? Ach so, Rush wieder im Flutgebiet. Okay. Die Map kenne ich nicht. Also ich habe die schon mal, ich glaube, zwei Sekunden gespielt oder so. Ich weiß gerade gar nicht, wieso. Du hast gerade dein Mikrofon fast in den Mund genommen, oder? Nee, nee. Einfach nur meinen Kopf in die Richtung gedreht. Ich nehme jetzt auch mal den Pionier. Ja, ich nehme noch eine Runde Startgebiet. Du musst ja noch warten, dann steige ich doch schon ein. Ich wollte ansonsten wieder bei dir einsteigen. Du kannst ansonsten auch mal dann Escape drücken, wenn du durch bist. Ja. Und... Spiel beenden? Nee, unten rechts müsste der XP-Boost stehen. Du müsstest ja eigentlich schon mal ein Battlepack bekommen haben, wo sicherlich auch ein XP-Boost drin war. Ja. Dann kannst du das nämlich auch mal machen. Das macht durchaus Sinn. Und ich öffne einfach mal ein Battlepack. Aber ich müsste mir mein Battlepack mal öffnen. Das kannst du auch im Spiel machen. Ah, das ist gut. Das ist eine coole Tarnung hier. Aber es liegt an deiner SSD, oder? Dass ich schneller im Spiel bin? Mhm. Ich weiß es nicht. Also bei mir liegt es definitiv daran. Das weiß ich, weil ich ja vorher keine SSD hatte. Mhm. Äh, Problem... Aber bei mir kann natürlich auch sein, dass ich einfach... Naja, es gibt zumindest auch andere Leute, von denen ich gehört habe, bei denen hat es keinen Unterschied gemacht. Also die laden genauso schnell ohne SSD. Wo finde ich das Battlepack? Escape? Links. Ah, Battlepacks, ja. Hier, Rangrei öffnen. Yippie! Ist da was drin? Ja, da war einiges drin. Auch ein Boost? Ja, 25 EP-Boost. Genau, dann unten rechts, wenn du Escape drückst, unten rechts steht, dann kannst du den auswählen. Okay, super. Dann habe ich das jetzt gemacht. Und kommen wir jetzt als Pionier rein, oder was? Ja, am besten. Das macht hier Sinn, weil wir müssen uns nicht retten. Äh, also es geht... Wir haben ja keine Ticketsanzahl oder so. Dann gehe ich zu Birrbob. Ich bin bei Deirdre. Vorsicht, da ist einer hinter der Statue, oder? Ja, ja, ja. Wir haben sogar gelegt. Boah, ja. Von unten kommt was. Okay. Wir haben einen Schärft. Oben. Sehr gut. Rot. Ja. Schnitt. Was ist denn das? Willst du dich veräppeln? Hat der dich auch getötet? Nee, aber der Typ hier hat mich gerade weggeschoben. Assloch. Assloch. Ähm, wo ist er denn? Da ist er doch. Der Olle. Nein! Kann das die... Oh, vom We- Na. Nein! Ich glaube, die kommen hier nicht durch. Wobei, die haben nur 61 Tickets. Ach, wir verteidigen. Ja, wir verteidigen. Naja, siehst du? Oh, da kommt ein Heli. Den holen wir runter. Komm, den holen wir runter. Da ist er, da ist er. Er kommt direkt auf uns zu. Er kommt direkt auf uns zu. Und... Nein! Zumindest habe ich fast einen Baum getroffen. Der kommt auch so rum. Nee, schade. Da unten läuft jemand. Und niemand entschärft. Der Heli wurde, glaube ich, kritisch getroffen. Hä? Was? Oh. Nein! Das ist ja ein bisschen schade, dass der Heli nicht mehr komplett down geht, wenn man ihn mal trifft. Boah, was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Krieg ist hier, Mann. Hier ist Krieg. Dann gibt es eine Granate ins Gesicht. Im Krieg? Im Krieg, ja. Oh, danke. Wo sind wir hin? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall Flut. Wo sind wir hin? Scheiße. Hab ich auf der Minimap gesehen, aber irgendwie nicht im Echten. Leidbar mag ich nicht so. Muss ich gestehen. Ich ja auch nicht. Nee, das sind nicht so meine Kumpel. Oh, da steht ja, da steht, da stehen zwei... Im Norden stehen zwei... Fahrzeuge. 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 Ich will jetzt mal holen. Achso, eins ist kaputt. Andere steht noch da. Boah, fast. Ich hab ihn auch getroffen. Ja, zweiter hinterher. Sauber, ist ausgestiegen. Ja. Ich hab ihn. Sehr gut, da kommt aber noch einer am Hügel oder so. Da kommt einer am Hügel oder dann sollte ich eher weggehen. Ich finde sowas eklig, wenn ich sowas ins Gesicht bekomme. Das ist echt eklig, ja. Ich hab's ja mehrmals versucht, aber es geht halt einfach nicht. Nee, das verstehe ich. So, den Helikon können wir aber auch mal runterholen, wa? Stimmt eigentlich, ja. Der flattert da so vergnügt. Ah, da. Oh, oh, nein! Oh, Mann! Oh, kennst du das? Das ist so, als wenn, kurz bevor man kommt, äh... Hört sie sich dann schlafen. Ja. Okay. Ähm, die kommt... Oh, shit. Das ist ja wirklich ein Gegner. Die kommt von der Treppe aus, natürlich. Und von hinten. Dort, wo das Fahrzeug gerade stand, ein bisschen... Okay. Vorsicht, oben auf der Brücke sind Sniper. Okay. Behaupte ich einfach mal. Ich hol mir das Fahrzeug. Ja, äh, das geht halt recht schnell kaputt. Ja, ja. Klar, das ist... Ich bin nicht mal hingekommen, weil mich der Feierabend erlegt hat. Der Feierabend? Mhm. Mit E und 4 und so. Wie schraubt ihm er ist? Rechts von dir wollte er jetzt interessieren. Welche haben Felsen? Hier, hier, hier. Jetzt müsst ihr eigentlich die mir direkt vor der Fresse liegen. Tut er und ich hab ihn getötet. Uh, sehr gut. Da drüben Uferbrücke. Wo sind denn die? Nee, sind die unten? Die sind unten, die kommen gerade. Oh, ey. Es ist so krass, wie schnell ich immer sterbe. Man muss sich einfach ein bisschen an das Spiel hier erstmal gewöhnen. Dann, äh... Ja, ich spiel zu wenig. Geht das eigentlich voll klar. Ich spiel zu wenig Battlefield, keine Frage. Ich hab ja auch keine Zeit, Alter. Wo ist er? Hinter dir. Zwei. Hast du sie? Ja! Oh, du bist so ein Killer, ey. Und ich seh es, wie du es getan hast. Es war so schön. Ich bin fast tot. Ich hab so Angst. Oh, mein Himmumu. Warte, ich komm als Stromsodat und dann kannst du dich ein bisschen heilen. Oh, nee, ich werd krass geschossen. 11 Prozent. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Immer noch dort, wo du bist gekommen. Hier, hier, hier. Danke. Beweg dich immer ein bisschen. Immer schön bewegen. Genau, genau, schön. Das ist der Heli. Achtung! Ja, wo? Der Brücke, Brücke. Ja, oh, ich werd von überall beschossen. Fuck, von rechts, ja. Links. Wo denn? Oh, dann? HPG! Oh, mein Gott! Heli, der Heli, der Heli, der stand gerade auf dem Boden. Fuck, jetzt nicht mehr. Oh, er kommt. Heun, weg. Ah, schön die Brücke getroffen. Ja, ich hab aus lauter Verzweiflung in die Richtung geschossen. vor dem Feierabend und hab ihn mit der HPG getroffen. Ich fand das schön, auch wenn er das... Hinter uns ist ein Auto. Ja, ja. Ich find das auch schön. So. Oh, da oben steht jemand. Töte sie! Nein, oh, oh, fuck! Alter! Du? Ja! Ah, fuck, ich bin der Autor. Das war das Auto hier irgendwo. Was willst du denn jetzt? Oh, das ist hektisch, ey. Oh, da schreibt der Feierabend sogar, you are my hero. Oh! So, ich steige, glaube ich, bei... Wir haben auch schon gewonnen jetzt. Glück, Glück ein. Ernsthaft? Ja, Mann. Geil. Ja, Mann. Ich, ich vorne, ich vorne weg. Kann ich dir gleich von Anfang an sagen, das war ich. Ja, absolut. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Wo ist der Typ hin? Kann natürlich sein, dass der gestorben ist. Fuck, das war einfach mal wieder schlecht. Und win. Abgefahren. Naja. Ich glaube, zehnmal gestorben oder so. Wir haben nur acht Minuten jetzt, wa? Na, die Runde vorher, die habe ich ja noch. Weißt du, das muss ich ja zusammenpacken, weil ich hier rausgeflogen bin. Bei der Hälfte. Wir haben Schokolade. Das ist lecker. Juh, nächstes Battlepack. Da gibt es wahrscheinlich nochmal einen EP-Boost. Da, fünf, fünf. Ha, geht so. Vier, sechs. Ha. Du bist ja schon Level 60, Alter. Was ist hier los? Na, am Anfang habe ich eine ganze Menge gespielt. Und? Ja. Jetzt während der doppelten XP. Ja. Hat man halt in einer Conquest-Runde 140.000 Punkte gemacht. Das ist Inflation. Das nenne ich Inflation. 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 Das, was ich zur daqui? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ха. Jas. Vielen Dank.